Heute habe ich drei Arten von schlechten Wählern Leute. Nummer eins auf jeden Fall durchs schlechten Empfang oder schlechtes Wählern z.B. Offendorf, wir sind alle Dorf, gehen dort, dieser Stadt. Ihr kennt das Lied hier. Auf jeden Fall einfach ein scheiß Lied Leute. Der Gegensatz ist mein Lied besser. Hier kommt Tobi. So, auf jeden Fall Offendorf hat man noch schlechte Empfangs Wählern. Noch manche. Denkst ja so, ein Großstatt ist einfach das Beste. Deswegen gehen. Enna will. Nummer zwei auf jeden Fall ist, du bist irgendwo im Zug unterwegs, wo einfach so Landschaftsdorf ist oder du bist in der Disco und irgendwo im Bunker, kann ich z.B. auch beim Feiern. Du hast einfach keinen Empfang. Du kannst keinen Schreiben einfach so tot, weil die Wände aus 100 Jahre alt sind oder aus einem anderen Jahrhundert. Nummer drei ist auf jeden Fall schlecht vom schlechten Wählern. Wo du auch nichts hast, z.B. im Wald oder in der Hütte irgendwo im Wald oder bist irgendwo da, denkst du an der Natur. Scheiße, ich habe gar keinen Empfang. Wie soll ich Hilfe rufen? Scheiße. Scheiße.